Hallo, die Sonderausstellung heißt Mauerbühne. Dort wird gezeigt, was Künstler so machen, Bühnen, Deko, was auch immer, Show in Bernburg. Das muss ich merken, ist noch geöffnet bis zum 12. November. Also Sie haben noch genug Zeit dorthin zu gehen. Also, Sonderausstellung in Bernburg, Mauerbühne, betrifft Bühne, Show, Künstler bis zum 12. November. Jetzt fragen sich natürlich die meisten Mauerbühne, was wird da ausgestellt? Naja, zum Beispiel Königsrube. Ich bin ja der König von Mallorca. Sowas in der Art, wie auch immer, geht doch einfach hin. Also gewisse Accessoires, die vielleicht ganz interessant sind für Dinge, wenn man eine Show machen will und so weiter und so fort. Und das könnt ihr euch dort, können Sie sich dort alles mal ansehen, es bestaunen. Und nicht nur das, es gibt dann auch eine kleine Filmvorführung. Ein ganz, ganz enger Freund von mir, der heißt Fred Weidler, ist eines Zeichens auch Filmemacher, alle möglichen Projekte, hat dort ein Projekt gemacht, das heißt SWAT. Aber in diesem Fall jedes Mal ein Punkt hernehmen, nämlich S.P.O.T. Nämlich Showprofis on Tape. Und das könnt ihr euch dort anschauen. Wie gesagt, viel Spaß. Bis zum 12. November ist die geöffnet, die Mauerbühne in Bernburg. Alles Liebe, euer Jürgen Drexler.